ja hallo leute im zweiten teil meiner heutigen fahrrad tour bin ich dann bei alt karo nach osten abgebogen und bisschen auf dem freien land was hier hinter mir seht wilde birnbäume und so weiter sehr schön die neuen wiesen heißt das hier bei alt karo wird noch eine weile dauern mit den birnen sehr klein und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020